Juhu! Heute sehen wir wieder auf euren Sender Musik24, Rudi und Marco. Du Rudi, jetzt gehen die Ferien wieder los. Gehst du auch in die Ferien? Sicher schon! Und du auch? Ja, ich gehe auf die Insel Rügen. Schau mir, das ist ja am Arsch der Welt. Was? Rügen ist sicher nicht am Arsch der Welt. Aber wir können ihn gut sehen von dort aus. So, also nein. Wo gehst denn du hin? Ich gehe auf Mallorca. Du gehst auf Mallorca? Ja, schon seit über 10 Jahren. Letztes Jahr auf... Schon? Wir machen es noch mal. Wir machen es noch mal. Schon seit über 10 Jahren. Immer auf Mallorca? Ja, und dann fliege ich einmal. Das ist auch noch interessant. Verteilen Sie einen Kaugummi für den Druck in den Ohren. Ja, das ist doch noch eine gute Sache. Ja, aber die Sicherung ist fast nicht mehr rausgekommen. Ja, Rudi. Aber in Mallorca, gell? Dort hat es ganz viele Prominente. Ja, sicher schon. Letztes Jahr ist der Jürgen Dres mit mir geflogen. Und ich habe ihn nicht einmal gekannt. Du hast ihn nicht gekannt. Also solche Leute kennt man dann. Der hat immer gesungen. Ich bin der König von Mallorca. Lalalalalala. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, Los Juan Carlos, gar nicht gewusst, dass du die Haut der Elefanten selber anlegst. Oh, so. Das ist aber ein wenig frech so. Also so nicht. Du, Marco. Weisst denn du, für was das ein Propeller am Flugzeug ist? Der Propeller am Flugzeug? Äh, ja. Ich weiss das. Und du? Das ist, dass der Pilot nicht schwitzt. Es ist so ein Zeich. Es ist sicher nicht, dass der Pilot nicht schwitzt. Also diese Antwort ist völlig falsch. Sicher schon, du. Ich habe einen gesehen, der den Propeller nicht gegangen ist. Wie glaubst du, der Pilot hat den auch geschwitzt, du? Ach, also Rudi, nein. Gut. Jetzt gehst du auf Mallorca, gell? Gehst du dort in ein Clubhotel. Und was hast du denn vor, in den Ferien zu machen? Nicht! Wieso nichts? Du hast doch letztes Jahr schon nichts gemacht. Ja. Ich bin denke nicht fertig geworden. Ach, also nein. Aber in den Clubhotels, da ist immer sehr viel los. Da hat es Animationen und Shows, gell? Ja, jeden Abend ist Show. Aber ich habe Verbot im Theater. Du hast Verbot im Theater? Wieso da? Dort hatte es eine Tafel, die grösste Show der Welt. Da habe ich das CH ausradiert. Oh, du, das macht man auch nicht. Ausserdem war das eh mega schlecht. Dort hatte es ein Messerwerfer. Du, das war eine Pfeife. Der hat die Frau nicht einmal getroffen. Oh, und einen Zauberkünstler hatte es auch. Ja. Und dann hat seine Assistentin verschwinden lassen. Da habe ich vorgerufen. Los! Nächstes Mal kannst du meine Freundin nehmen. So. Du. Also wenn du so in die Ferien gehst, dann sage ich jetzt zu den Leuten, ich haue es ab in die Ferien. Auf meine Insel Rügen. Ja. Und ich gehe auf Mallorca. Bis dann nach den Ferien. Tschüss. 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 10